Musik Also wir sind im Deutschen. Die Tömmel sieht ganz fest angeschlagen aus. Dort hatte auch der engen Ort im Bistro. Die Grenze ist bei uns. Sag mal etwas. Höhöhöhöh, sagt mir nichts. Und jetzt? Also, nimm etwas. Den muss wirklich Durst haben. Das ist so schwer, Franz. Höhöhöh. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Franzi, wie sagt man? Oh, jeeps. Wir sagen, ciao. Hast du Trinken reingestellt? Ja, konkret. Die sind toll. Wunderbar, die werden Freude haben. Ja. Hintritt. Ciao. Ciao. Two. Ja. Wie ist das?